Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Und ich muss sagen, es ist wirklich schwierig, hier ein fairer, normaler Mensch zu bleiben Was aber klar war, die letzten Aktionen, Kenny gegen Aro, waren nicht in Ordnung Und damit ist das sogar eine recht treffende Aussage Ich hab's verbockt AJ, schönes Kürzel für den Kleinen da im Haus Ja, ich hab's verbockt Ich bin wohl Unterumschänden, diejenigen, die Schuldige Die Person, die dafür verantwortlich ist, dass wir Luke verloren haben Hm Wir sind alle nur schuldig Ich bin schuldig für zwei Jahre Alles klar, gib es einen Moment Hm, dann wollen wir mal versuchen Hm, da tut sich aber nicht wirklich viel, Kenny Wir sind so nah, Clem Mit ein wenig Glück, ich kann das Ding rühren Und dann können wir raus auf die Straße und wirklich ein bisschen entfernen Weldington muss da sein Aber diese Räume können nicht alle sein Gibt es überhaupt irgendwo im sicheren Bereich? Es wäre sicherlich auch gefährlich Aber irgendein Vorschlag musste Ja, her Bei einem kleinen Kind muss man ja nicht immer erwarten, dass es der richtige ist Na, 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 sei mal nicht so laut Das könnten Ich mach ihr mal ein bisschen Mut Was hat er denn jetzt gegen Shane plötzlich? Meine Güte Der entwickelt ja momentan gerade echt Gegen alle eine Abneigung Was haben wir denn hier? Ein Bagger Können wir hier vielleicht von irgendwas profitieren? Hm Ich wünsche, dass sie dieses Ort fertig waren Hm Na ja, gut Ich weiß nicht Was wäre denn dann hier anders, darf ich meinen? Wir haben ein Dach über dem Kopf Das ist vielleicht nicht der sicherste Bereich, aber Na ja Und wie hat die jetzt noch Zigaretten? Das würde mich eigentlich immer wieder Wie die Leute so Was? Ich will keine Zigaretten Hallo, ich bin ein Kind Erinnere mich nicht daran Du warst nämlich auch einer, die uns verraten hat Ich wünsche, dass ich nichts von Arvo Ich wünsche, dass ich nichts von Arvo nicht verraten habe Ich wünsche, dass er uns auch Er ist nicht so Aber ich glaube, dass er das Mann hätte Aber ich glaube, dass er das Mann hätte Aber ich glaube, dass er das Mann hätte Ich würde mich fragen, Clem Lass mich etwas fragen, Clem Wann ist das letzte Mal, dass jemand jemand Was du wollte? Leute könnten mich respektieren Ich glaube, dass die Leute respektieren Wäre nicht eine Möglichkeit Ich glaube, das ist gut für dich, Honey Ah, was war das gerade für ein Blick Es war irgendwie so ein Mix aus I believe I can fly Und, wow, what the hell Ich will gehen und einen Piss nehmen Danke So genau Kannst du das nicht woanders machen Als im Wald? Hä? Ja, geh halt im Wald Pissen Wenn es überall von Zombies so wimmelt Moment mal, ein Generator Ist ja noch Ach, Mist Lass uns das mal genau anschauen, ha? Bustet Ach, Mist Also So nichts zu gebrauchen Ungefähr so wie ich bei der Redaktion von Luke War genauso wenig Zu gebrauchen Okay Ich kann das noch nicht Ich, ich meine Ich hätte einiges Weiß ich nicht Ich meine Ich hätte mich nicht Wenn Kenny oder so Aber Luke Wobei mit Kenny Haben wir halt immer noch einen erfahrenen Menschen Aber jemand Der gerade gegen alles Und jeden Irgendwo Einen gewissen Zorn entwickelt Ich kann Arvo nicht schließen Also Ich verabschiede ihn hier Da hat einer sein Spaß Ich kann nicht Ich kann nicht glauben was er hat mit Arvo Die nächsten Mal, er wird ihn tönt. Willst du wirklich sein? Ich weiß, Ken, er ist ein guter Mann, Clem. Ich glaube, Carver war ein guter Mann, auch. Er hat wohl ein guter Job, eine guter Frau. Aber dann hat das alles passiert. Und ein Tag, er hat ein paar Kinder in den Augen gedacht, dass er morgens dormir kann. Es bleibt zum Schluss immer noch die Hoffnung. Und ich hoffe, mit der Aussage hat Clementine recht. Aber wir alle wissen, dass die höhere Wahrscheinlichkeit eher in eine andere Richtung geht. Ich glaube, es braucht Essen oder was. Endlich kommt noch jemand drauf. Ich sag schon, seit gefüllten 20 Folgen. Haben wir überhaupt irgendwas, um dem... Kleinen was einzutrichtern? Es ist keine Rohketssienz. Ich fühle mich, dass ich es verlassen würde. Okay, ich bin in charge des Babys zu halten. Es ist nicht viel übrig. Ich bin mit einigen Leute ein lange Zeit, nach D.C. Einige Leute, in der Mitte einer Crosswalk. Ich kann mich nicht erinnern. Er war mir Mary Jane. Er war ein Schein. Insofern, der Mann wurde unter einem Auto von ein paar Walken geflogen. Ein nach dem anderen, sie fuhr da, versucht ihn zu retten. Um... Wir verloren vier Leute bevor wir ihn rauskamen. Oh... Shit... Das nenne ich mal... Einsatzbereitschaft. Das ist das, was ich sage. Ich wusste nicht, bis später, dass er bereits gebetet wurde. Ich schaue und schaue den Knochen direkt aus dieser alten Frau. Oh Gott, ihr Gesicht war... Sie sah nur auf den Skogen. Wie sie sahen, als ob sie ein Zerl. Schau, Clem. Hey... Er hat es funktioniert. Ha! Nicht schlecht, was Kenny da fabriziert hat. Sollten wir jetzt doch erstmal... eine Runde mit dem Auto fahren können. So, was ist der Plan? Wie viel Essen haben wir? Zumindest eine Woche. Und für das Baby? Hm... Wir brauchen einen Platz. Allerdings nicht nur für das Baby. Wir brauchen... Ja gut, mehr Essen haben wir jetzt. Das können wir ja mitnehmen. Fliege zu sterben. Ich weiß nicht, welche dumme Idee es war, um hier in den ersten Platz aufzunehmen, aber es war eine schlechte. Sie ist richtig. Was ist, wenn wir zurück nach Haus? Warte, was? Scheiße, das... Ich dachte eher wie Texas. Texas? Was? Es war nur eine Idee. Wir haben bereits darüber gesprochen. Entschuldigung. Wir haben es geschafft. Wir werden nach Wellington finden. Right, Clem? Wellington? Kenny? Es ist hier in den ersten Platz. Es wird nur noch schlimmer werden. Wir kamen zu diesem Platz. Wir haben nicht mit dem Platz. Nein, Mann. Ich bin mit Kenny. Wir müssen nach Norden gehen. Verdammt richtig. Clem? Mein Freund Christa. Sie hat mir über Wellington eine lange Zeit vorhin gesagt, Jane. Es ist da drin. Ich hoffe, dass sie wenigstens ist, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Das würde ich so nicht sagen. Wir könnten ihn eher fragen, aber einfach ihn hier lassen. Er hat uns hinaus Vorräte verschafft. Er hat Luke nicht gekillt, dass es nicht in seinen Schädel reingeht. Entschuldigung, Kenny. Entschuldigung. Ich gehe nicht in den Mitteln der Nacht. Ja, ich auch nicht. Es könnte ein Herd da sein. Du willst das Kindes Blut in deinen Händen, Mike? Wir werden alle sterben hier, wenn du dich nicht aufhörst, Kenny. Haben wir genug genug für einen Tag? Jesus Christa. Erinnern wir die letzte Mal, als wir ein Fahrzeug gemacht hatten und uns auf unsere Arten gesessen, Clem? Ich gehe rein. Gott sei Dank! Oh Mann. Kenny, bist du okay? Ich verstehe es ja. Ich meine, er hat das Auto zum Laufen gebracht. Er hat alles dafür reingegeben. Aber... Bis zum Sonnenaufgang zu warten, ist zumindest mal nicht die schlechteste Idee. Er bringt es halt einfach nur falsch rüber. Oh... Junge, Junge... Eine Gruppe... Ist sich natürlich nicht unbedingt immer einig, wohin es gehen soll. Die Einwohnung nach Norden, ja, dann nach Süden... Ähm... Bleibt dann noch Ost und West übrig, aber im Endeffekt... Ähm... in der Dunkelheit loszufahren, muss nicht wirklich sein. Ich meine, jetzt alle noch mal ein bisschen Kraft tanken und morgen geht's los! Bitte Padenmusik im Jeep. Aber... Es hat nicht funktioniert. His name was Lee. He taught me how to survive. He taught me how to shoot a gun. What happened to him? The same thing that happens to everyone. Clementine, run! It's okay, boy. It's okay. She's been lit, man! Fuck! It was a dog! Only one way to find out. You wait. Still... Not... Fitten. Everyone I grew up with... It all... Happened to them. Now... Something's gonna happen to us. Listen, everyone! Just stay calm! Who are you? Sarah, get behind you! Tell us who you are! Kenny! You know, I half expected to see Lee walk up next to you. He saved me. I'm out looking for my people. Back up! Our baby deserves to be raised in a place of safety. Some of these folks ain't too keen on leaving them. It's up to us to figure out a way out of here. All I need from you is to just not care where I am for 15 minutes. Alvin? I ain't fit to move, kid. I'll run out of rope. Go on. You don't need to see this. You think because you're a little girl, you can just get people killed? That's not how it works! Go back the fuck off! 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 No! They are weak, and we are strong. It's why it falls to people like us to lead them to safety. I'm not like you. You see it? It's right there! Hold your horses, Clem. Sorry. There's something in the tree house, and she wants me to get a video of it to show you guys. Look! By the door! It's peeking out! I... I think it's... Yep! Got it! Oh, there! Look at that! There it is! Do you see it? Spoiler, it's a raccoon. Do you know? Yeah. Oh, no, no, no! Here, your mom wants to talk to you. Hi, Mom. Hi, hon. What's in your tree house? Baby raccoon. Wow! That's cool. Yep. I bet he's cute. Uh-huh. Well, make sure you don't try and touch him, okay? Okay. Gotta go. Talk to you later. Hey! That's not any way to say bye to your mother. Honey? You still there? Yep. I'm here, Mom. Hey, don't get my hat dirty. I said you could borrow it, not have it. Okay. You be nice to Sandra. And don't stay up too late. I won't. We love you, Clown. I love you, too. I miss you. Don't worry, sweetie. We'll be home in a few days. Okay. See you soon. Bye. 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 Bye.